so hallo leute heute wieder ein kleines testvideo für euch und zwar testen wir vier verschiedene blitzknatter bälle zum ersten die red bulls von leslie die die farbe rot haben die packung kann man nochmal sehen kennt man glaube ich als nächstes die blitzknatter bälle von wiko auch grün die packung neuere version die aktuelle produktion als nächstes die fireballs von nico die ebenfalls grün sind kürzere lunte packung sieht so aus und dann die powerballs von keller die auch grün sind und so sieht die packung aus ok viel spaß so 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 so